Servus Freunde, ich habe neulich mein Tochterkind zum Frankfurter Flughafen gebracht und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich filme jetzt einfach mal die Anfahrt von der A5 Richtung Frankfurter Flughafen zu dem Drop-Off Bereich Terminal 1 und 2 und vielleicht hilft es ja den einen oder anderen von euch. Hat zwar nichts mit meinem Kanal zu tun, aber schaden kann es ja nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao, tschüss.